Gude! Ei ei Gude, du musst mir helfen. Was kann ich für dich tun? Mein Ausweis ist abgeladen. Und wo bekomme ich jetzt in der Corona-Zeit mein Foto her? Passe mal auf! In der Corona-Zeit dürfen die Dienstleister wie Optiker, Hörgeräteakustiker und Fotostudios wie das Amerianplatz offen habe. Das Fotostudio Stografo darf Passfotos, Visumaufnahmen sowie Bewerbungsbilder machen. Ach, das habe ich ja gar nicht gewusst. Woher ach? Das wurde ja nicht bekannt gegeben. Da gibt es nämlich viele andere, die ach vergessen worden sind. Kann ich denn da so einfach hin? Na, du musst den Termin machen. Denn die müsse ja die Hygienevorschriften einhalten. Prima, ich ruf gleich immer A und geh dann zu meinem Termin hin. Mein Knoll, bleib gesund! Wer dich mache. Und du bleib mir auch gesund. Und werd nicht faul. Was ist dafür eigentlich noch ein Ruf! Was ist für mich sowas? Wie gerade nicht also in der Kurzweilen.